DDRV News vom 5. Mai 2023 Blinat legt sich mit Holecheck an. Gesetzentwurf für erste Reformstufe existiert. Mit freundlicher Unterstützung von AWAY Medical und Drehhandel. Herzlich willkommen bei den DHV News. Wieder mal viel zu tun diese Woche. Ich war auf zwei Kongressen, beziehungsweise jetzt gerade läuft noch der Akzept-Kongress, Dachverband der niedrigschwelligen Drogenhilfeeinrichtungen, aber immer auch schon für Legalisierung von Cannabis. Ich bin da schon Mitglied, seit bevor es den Handverband überhaupt gab und würde nach dem Dreh jetzt gleich nochmal hingucken, bevor da ganz zu Ende ist. Und am Mittwoch war ich auf dem Europäischen Polizeikongress auf dem Podium eingeladen. Das war natürlich auch ganz interessant. Sonst bin ich es eher gewöhnt, vielleicht mal vor Gewerkschaft der Polizeikongressen draußen zu demonstrieren mit einem kleinen Liegeleißschild oder so. Aber diesmal war ich auf dem Podium und auch daran sieht man eben, dass die Diskussion doch immer ernster geführt wird und auch an der Polizei endlich nicht mehr spurlos vorbeigeht, dass die überhaupt so eine Diskussion organisieren, relativ breit gefächert. Da war auch ein Cannabis-Produzent dabei und eine Apothekerin, die Cannabis als Medizin verkauft und denen nochmal beibringt, dass jetzt die Patienten auch keine schweren Kriminellen sind und so weiter, ganz normale Medizin dabei haben. Ja, da wurde ich viel gefragt dann eben auf Social Media, wie es denn war. Also klar, die haben natürlich jetzt nicht danach einen Beschluss gefällt, dass jetzt die gesamte europäische Polizei endlich die Legalisierung fordert. Aber die haben sich doch angehört, ja, einiges und auch jetzt keinen Aufstand da gemacht in dem Laden, sich meine Thesen angehört, dass eben, ja, nicht die Konsumenten Unrecht begehen, sondern eigentlich das Verbot und die Verfolgung der Konsumenten Unrecht ist. Und solche Sachen, ja, haben die auch mal was anderes gehört als sonst und das kann ja nur gut sein am Ende. Zumal die Polizei, obwohl sie ja eigentlich damit gar nichts zu tun hat, von der Entscheidung her, ja, sondern einfach nur Ausführen des Organes, doch sehr viel Einfluss hat auf die ganze Debatte. Deiner Meinung nach sogar von den Gegnern her, die Gegenlegalisierung sind, über all die Jahre, die ich das mache, ja, der wichtigste Gegner überhaupt sind. Alle Polizeigewerkschaften und Ämter zusammen gesehen jedenfalls. Ja, und dann noch ein wichtiger Hinweis, es gibt in den nächsten beiden Wochen keine DHV-News. Da bin ich dann noch unterwegser als jetzt sozusagen, unter anderem nächste Woche dann erstmal in der Schweiz auf der Cannatrade. Also auch nochmal ein Tipp, ja, da werde ich auch am Programm dabei sein, gleich bei der Öffnung am Freitag kurz vor Mittag oder so, vormittags jedenfalls und mittags nochmal auf dem Podium, was international besetzt ist über die Entwicklung der Cannabis-Politik in Europa. Und die Cannatrade ist sowieso immer eine Reise wert. Also vielleicht sieht man sich da, ich werde da noch ein bisschen rumhängen, Samstag jedenfalls, Sonntag vielleicht nochmal morgens hinkommen, weiß noch nicht so genau, also ja, vielleicht läuft man sich da über den Weg. So, jetzt aber Aufruf, Last Call, jedenfalls für die erste Runde GMM, nee, sogar für beide, weil bis dahin ist ja keine DHV-News-Ausgabe mehr. Ja, ich muss also jetzt, ich habe jetzt die letzte Gelegenheit, euch nochmal aufzurufen, zur Demo zu gehen. Viele Städte sind am Start. Ich sage es nochmal, am 6. Mai, also morgen, Global Marihuana-Marsch in Hanau, Berlin, Braunschweig, Erfurt, Halle, Nürnberg, Ulm, Erlangen, Dresden, Hamburg, Heidelberg, Magdeburg, Regensburg, Darmstadt, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Koblenz und Konstanz. Koblenz ist da neu dazugekommen hier in dieser Liste. Und jetzt kommt am 13. Mai nochmal, eine Woche später, dann kommen noch Nachzüge hinterher in Dortmund, Düsseldorf, Oldenburg, Bamberg, Freiburg, Heilbronn, München und Würzburg. Vorsicht, denn Düsseldorf hat sich der Startzeit, Startpunkt, Startort geändert. Ja, also wenn ihr da schon mal geguckt hattet, wo ihr da hinmüsste, vorher und nicht vorgenommen habt, hinzugehen. Hier habe ich ja gar keine Startzeit genannt, aber wenn ihr schon geguckt habt, er hat sich geändert. Ja, guckt nochmal irgendwie, ob ihr schon den aktuellen Startpunkt mitbekommen habt. Ja, und ansonsten auch für alle anderen sämtliche Infos dazu, wann, wo, wie genau das Ganze losgeht, findet ihr auf gmm-deutschland.de. Und ich bin recht zuversichtlich, dass das Ganze gut läuft dieses Jahr. Es gibt schon vielversprechende Anzeichen. Auch der 420, die Demo hier in Berlin, ist wieder ganz gut gelaufen am 20.04. Und wir merken auch an allen möglichen Ecken und Enden, dass die Szene halt jetzt rockt. Ja, also da, dass die CSCs gerade irgendwie einen wahnsinns Ansturm haben, ja, und alle merken, okay, jetzt wird dann doch vielleicht mal bald was passieren, irgendwie, jedenfalls bis Ende des Jahres hoffentlich, ja, würde ich jetzt mal so sagen. Und trotzdem merkt auch jeder, dass noch jede Menge Schub nötig ist, ja, und sonst schlafen die wieder ein da, irgendwie bis zur Wahl bei der Regierung. Also, ein bisschen Demonstrieren gehen kann nicht schaden. Und ein anderer Punkt, ja, der auch Hoffnung macht, zeige ich euch jetzt mal hier online in meinem Computer drinnen. Ja, Nürnberger Nachrichten, sehr schöner Artikel. Grashype in Nürnberg, Marihuana-Marsch zieht durch die Stadt. Veranstalter erwarten Ansturm. Na, so ein schickes Bild dabei hier. Der Protest der Cannabis-Aktivisten ist schwer zu übersehen. Am Wochenende auch in Nürnberg. Und da geht dann auch ein bisschen so weiter. Es werden hunderte erwartet. Und dann, die Veranstalter sind vorsichtig optimistisch, dass es deutlich mehr als geplant werden könnte. Ja, so würde ich das für mich auch sagen. Ich bin auch vorsichtig optimistisch. Also, ich glaube, das wird erfolgreich und Spaß machen. Ja, also, auf die Straße, auf geht's. Ich selbst werde in Berlin vorbeigucken und dabei sein und ein bisschen was erzählen. Also, auch da sieht man sich vielleicht dann. Legalisieren statt inhaftieren. Komm mit zum Global Marihuana-Marsch am 6. und 13. Mai in einer Stadt in deiner Nähe. Alle Infos auf gmm-deutschland.de So, jetzt kommen wir zur Wahlanalyse Bremen, die wir online haben. Mal wieder gerade so rechtzeitig geschafft, ja, mit viel Schweiß und so weiter Arbeit halt. Wir schreiben denen ja auch immer dann nochmal unsere Fragen, unsere Wahlprüfsteine und arbeiten dann die Antworten ein. Ihr findet auf unserer Seite die ganzen Programme zur Drogenpolitik und eben die Antworten auf die Wahlprüfsteine und so. Aber wir geben uns also Mühe bei dieser Analyse. Und es ist nicht so, dass wir jedes Mal immer dasselbe genau sagen, von wegen, ihr müsst die Grünen wählen und die Linken und die anderen nicht oder so. Ja, für uns wird ja teilweise auch Parteiigkeit nachgesagt, ja, aber das hat alles Hand und Fuß. Wir analysieren das Ganze. Und natürlich kommt da öfter Grüne bei raus als CDU logischerweise, weil natürlich die auch unterschiedliche Politik verfolgen. Auch wenn natürlich die Jägeleiser-Parteien nicht jetzt irgendwie alle nur Gold sind, ja, es geht ja auch darum, dass man das kleinste Übel wählen muss, ja, wo wenigstens ein bisschen eine Chance besteht, dass irgendwas vorwärts geht und nicht die Gefahr dort rückwärts geht, wie auch immer. Trotzdem ist dabei rausgekommen, CDU nicht wählen, ja, super repressiv aufgestellt, mal wieder so lauter Repressionsrhetorik im Wahlprogramm schon, ja, und das kann man vergessen, wenn man sich nicht selber schaden will als Konsument. Und SPD, die stellt sich gut dar in dem Fall, weil jetzt doch unter der letzten Regierung, die ja SPD geführt war in Bremen, ein bisschen was passiert ist. Bremen ist tatsächlich, hat aufgeschlossen zu Berlin als eines der liberalsten Bundesländer. Also eigentlich die beiden sind im Moment die liberalsten, ja, mit ihrer Einstellungsregelung für die geringe Menge. Bis 10 Gramm wird immer eingestellt, zwischen 10 und 15 kann nochmal eingestellt werden, wird immer ein bisschen genauer geguckt, ob es irgendwelche Gründe gibt, nicht einzustellen. Und wenn nicht, wird halt dann auch bis 15 eingestellt. Und ja, das ist im Prinzip ganz oben angesiedelt in Deutschland, was die Liberalität angeht. Und Bremen hat auch einen Antrag im Bundesrat eingebracht für Cannabis-Modellprojekte, vor der Wahl natürlich, bevor die Legalisierung angesagt war. Und da dann eben die Bundesländer da noch versucht haben zu schieben und darüber Reformen durchzubringen. Die haben keine Mehrheit gekriegt im Bundesrat, aber irgendwer muss es halt auch mal versuchen. Irgendwer muss halt mal die ersten 10 Anträge stellen, bis dann irgendwann mal eine Mehrheit da ist dafür. Und das hat Bremen gemacht. Also insofern kann man grundsätzlich nicht meckern. SPD geführt, ja. Aber die SPD kann sich das nicht so richtig anheften an die Brust, weil sie doch sehr geschoben worden ist von Koalitionspartnern, Linke und Grüne. Und in der Legislatur davor standen ähnlich ambitionierte Sachen im Koalitionsvertrag drin. Und da hat die SPD noch blockiert. Da haben die immer gesagt so, ja, nee, wir können jetzt hier nicht irgendwie die geringe Menge hochnehmen in Bremen. Dann sind wir ja so eine Insellösung und die ganzen Drogis aus ganz Niedersachsen strömen dann alle nach Bremen, weil die da mal irgendwie 10 Gramm haben wollen in der Tasche und damit ihr Strafverfahren eingestellt wird oder so. Ja, total absurde Argumentationen eigentlich. Das geht ja gar nicht um legalen Besitz oder so, sondern um die Frage, wann wird ein Strafverfahren eingestellt. Deswegen kommen keine Drogentouristen. Scheinbar hat die SPD das jetzt halbwegs begriffen in Bremen und jetzt mitgemacht. Ja, aber eigentlich ist der Erfolg dann eher, Grüne und Linken anzukreiden oder zugute zu halten, weil die nicht locker gelassen haben und immer wieder Druck gemacht haben, bis es dann jetzt mal soweit war. Und andere Sachen konnten auch nicht durchgesetzt werden nach wie vor. Die hatten auch vor, Pflanzen zu entkriminalisieren, wo die dann auch gesagt haben, ja, auf Landesebene doch schwierig, rein juristisch, brauche zu erwarten. Ohne beim Thema Führerschein sind sie nicht richtig weitergekommen, da irgendwas zu machen. Ja, weil auch das natürlich auf Landesebene Grenzen hat, sag ich mal. Die FDP, ja, kann man wählen, wenn man Linke und Grüne gar nicht mag. Die haben aber praktisch nichts zu Cannabis im Wahlprogramm stehen gehabt, nichts Relevantes. Haben in den Wahlprüfsteinen die Antworten an uns dann nachgeliefert und sich da dann als Legalizer geoutet sozusagen. Aber das ist natürlich nur die halbe Miete, wenn nichts im Programm drin steht. Und beim Thema Führerschein haben sie ähnlich lau geantwortet, wie eben auch Verkehrsminister Wissing, FDP, der auch nicht da ran will und sagt, naja, müssen wir erstmal in Ruhe uns überlegen, ja, Wissenschaftler fragen und so weiter, ja, was eigentlich längst erledigt ist. Naja, trotzdem, ja, kann man halt machen, wenn man sonst irgendwie, bevor man gar nicht wählen geht, sag ich mal. Und die AfD tritt nicht an in Bremen wegen interner Querelen. Die können wir diesmal komplett rauslassen im Prinzip. Die kann man gar nicht so so nicht wählen. Ja, und weitere Details im Wahlcheck auf der Seite handverband.de und Link hier in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch für kleinere Parteien noch interessiert, ja, dann informiert euch da selbst. Wir können die nicht alle durchscannen, ja, da ist so schon irgendwie viel Arbeit immer. Ja, aber klar, informiert euch, Wahlprogramme zu finden ist jetzt kein Hexenwerk. Das kann jeder letztendlich, ne, oder mal gucken, einmal durchsuchen irgendwie nach Cannabis und Drogen und so. Und dann weiß man schon einigermaßen Bescheid. Ja, und geht wählen, ja. Also auch wenn das jetzt nicht mehr so relevant ist für die Bundesratsmehrheit, was ja bis jetzt unsere Kampagne immer war, ne, was seit der Berlin-Koalition eigentlich jetzt erledigt ist, weil wir werden in dieser Legislatur extrem wahrscheinlich keine Mehrheit an der CDU mehr vorbei hinkriegen im Bundesrat. Aber trotzdem, gerade das zeigt ja, ja, wählen gehen ist wichtig. Und wenn man das den anderen überlässt, verliert man halt den Bundesrat und kriegt keine Legalisierung. Ja, das muss man halt dann auch mal mit bedenken. Und die ganze Diskussion geht weiter um die Folgen der neuen Eckpunkte, die da vorgelegt wurden. Ja, ich habe ja die letzten Ausgaben schon immer erzählt, welche Regionen und Städte da jetzt alle aufwachen und alle hier schreien und wo überall die Cannabis-Clubs aus dem Boden schießen, obwohl es überhaupt nichts Konkretes gibt und nichts verabschiedet worden ist. Und es ist auch munter so weitergegangen. Diese Woche gab es Beschlüsse, Mehrheitsbeschlüsse in den Stadträten von Münster und Köln, die beide beschlossen haben, jetzt ein Modellprojekt werden zu wollen. Ja, die wollen dann also sich daran beteiligen. Die wollen die kommerzielle Kette mit Anbau bis Einzelhandel bei sich haben in den Städten. Und das ist natürlich beides schön. In Münster ist es schön, weil Münster war schon mal ein Modellprojektstadt. Münster gehört zu den wenigen Städten in Deutschland, die auch schon mal so einen Antrag gestellt, formuliert und abgegeben haben beim BfArM, die sich eine Ablehnung abgeholt haben. Und das Ganze geht zurück auf eine Bürgerpetition der Ortsgruppe des Handverbands damals in Münster, viele Jahre her, die Ortsgruppe gibt es auch gar nicht mehr. Aber es zeigt eben, dass solche Arbeit dann eben auch langfristig wirkt. Und Münster jetzt immer noch gewähr bei Fuß steht, ja, endlich diesen Auftrag der Bürger zu erfüllen, um ein Modellprojekt zu werden. Und in Köln ist das schön, weil da bisher immer der Stadtrat blockiert hat. In Köln gab es auch schon lange so eine Diskussion in der Bezirksvertretung Innenstadt. Ja, die haben schon mehrfach so einen Beschluss gefehlt, dazu das gerne machen würden, so ein Modellprojekt beantragen. Aber in NRW brauchen halt solche Bezirke dann doch die Hilfe und Zustimmung der Städte. Und Köln hat sich dann immer verweigert, ja, die Gesamtstadt. Und jetzt ist eben eine Mehrheit im Stadtrat, die sagt, ja, Köln, wir wollen auch Modellprojekt werden und wir wollen auch jetzt Fachgeschäfte haben in Köln. Und das ist natürlich auch eine super Entwicklung, ja, die zeigt, wie langfristige Arbeit sich auch auswirkt dann und am Ende zu Mehrheiten führt. Dann auch eine interessante Diskussion jetzt da nochmal im Nachklang aus Niedersachsen. Die Agrarministerin Miriam Staute, habe ich da nie was von gehört bisher, ja, aber so kann man sich eben auch ins Gespräch bringen mit einem interessanten Vorschlag. Die sagt nämlich, dass die Cannabisfreigabe, wie sie sagt, gute Chancen für die Landwirtschaft bringt, in dem ausge-, ja, also Schweineställe, in denen keine Schweine mehr sind, ja, ausgeschweinte Schweineställe, ausgeschweinte Schweineställe, dass man da Cannabis anbauen könnte, ja, auch Modell, auch die Cannabis-Clubs reinlassen könnte, jetzt auch für die erste Säule schon, wenn die ganzen Clubs halt aus dem Boden schießen jetzt, die brauchen ja alle Anbauflächen und Möglichkeiten, wo sie, in welchen Räumen oder eben auch Gewächshäusern und so weiter, sie jetzt das Cannabis anbauen können. Und, ja, da gibt es scheinbar eine Schweinekrise in Niedersachsen, ja, da werden ein paar Schweine abgebaut und Stelle entschweint und entmistet und so, ne, und dann kann man da ganz gut wahrscheinlich Cannabis anbauen. Die Landwirte freuen sich möglicherweise, dass sie da jetzt irgendwie eine andere Möglichkeit haben. Wobei schon auch aus der Landwirtschaft dann kam die Antwort, ja, aber das sind ja Tierzüchter und keine Pflanzenzüchter, ja, das ist ja ein ganz anderes Genre, das können die gar nicht so richtig. Aber, ich meine, trotzdem, ich denke, da werden einige Landwirte sich trotzdem für interessieren, bevor die Dinger irgendwie leer stehen, ja, und die müssen auch gar nicht selber anbauen. Es reicht ja, wenn sie das vermieten an die Spezialgrower, ne, da werden die Cannabis-Clubs dann schon Leute finden, die das können. Ist halt nur die Frage, wie man das geruchlich hinkriegt, ja, da muss man wahrscheinlich ziemlich viel lüften, damit dann irgendwie das Aroma nicht beeinträchtigt ist. Aber ja, alle wollen mitmachen, alle wollen mitspielen, ist wirklich toll, ja, also auch die Schweineleute. Dann, auch ganz nett irgendwie, Blinat legt sich mit Hodecheck an. Und, ähm, ja, also, da zitiere ich auch nochmal hier aus der Zeitung, ähm, und zwar hier in meinem Computer drinne, den BR. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Blinat, hat unionsregierte Länder gewarnt, Modellversuche für einen lizenzierten Cannabis-Verkauf aus ideologischer Verblendung zu blockieren. Und dann geht's da noch weiter. Blinat. Ja, sagt der SPD-Politiker. Also, das ist einerseits schön, weil man das gar nicht gedacht hätte, ja, dass Blinat irgendwie so dolle Ansagen machen kann, ja, ja, er warnt Hodecheck und die unionsgefühlten Länder vor irgendwelchen Konsequenzen, ja, wenn sie da jetzt versuchen, diese Maßnahmen zu torpedieren. Er sagt nicht, womit er jetzt genau droht, ja, das bleibt ein bisschen im Dunkeln. Sagt aber eben auch, ne, man wird versuchen, das jetzt so zu designen, dass eben jedenfalls die Phase 2 mit den Modellprojekten nicht zustimmungspflichtig ist im Bundesrat, weil die mittlerweile auch wohl verstanden haben, da vielleicht Probleme geben könnte mit der Union da im Bundesrat. Aber da steckt eben auch drin, wenn sie dann sagt, sie prüfen das, dass noch nicht klar ist, dass sie das hinkriegen. Ja, das war ja eine Ankündigung jetzt auch schon bei der Pressekonferenz für diese neuen Eckpunkte sozusagen Thema, wo die gesagt haben, ja, also wir machen das jetzt nicht zustimmungspflichtig. Und für beide Säulen kann man das durchaus in Frage stellen, ja, ob sie das wirklich hinbekommen, weil ja auch bei den Clubs schon die Landesbehörden da mitmischen werden bei der Überwachung und bei der, wahrscheinlich auch bei der Lizenzvergabe, aber auf jeden Fall bei der Überprüfung der Betriebsstätten und so weiter. Und ob das dann geht ohne Zustimmungspflicht im Bundesrat, ja, kann man wirklich nur die Daumen drücken. Und dasselbe gilt auch für Phase 2 mit den Modellprojekten. Auch da sind sie offensichtlich noch nicht ganz sicher. Aber Blinert, Mann oh Mann, ja, der zeigt Zähne, Wolf im Schafspelz, wer hätte das gedacht? Ja, der ist sonst immer so lieb zu allen. Ja, aber kann er jetzt doch. Das war jetzt die Geschichte. Genau, habe ich jetzt fertig. Dann haben wir den Gesetzentwurf. Da hatten wir ja letztes Jahr, habe ich Last Minute hier kurz vor der Sendung, habe ich da mitgekriegt, dass jetzt die ersten Tweets kamen, dass jetzt der Referentenentwurf in die Restortabstimmung gegangen wäre. Ja, also dolle Info, ja. Endlich scheint es so eine Art Gesetzentwurf zu geben, wobei da letzte Woche noch ein paar Fragezeichen waren und die Community auch sich gefragt hat, was ist denn ein Referentenentwurf jetzt genau? Und was heißt denn Ressortabstimmung? Ja, ist das jetzt noch im Gesundheitsministerium? Oder sind das jetzt alle Ministerien oder was? Ja, aber es ist klar, es ist ein Entwurf, auf den sich das Gesundheitsministerium geeinigt hat. Also jedenfalls hat sich Lauterbach darauf geeinigt, ja, im Namen des Gesundheitsministeriums. Keine Ahnung, was seine Fachleute dazu sagen. Auf jeden Fall ist das jetzt die Haltung des Ministeriums. Und diese Ressortabstimmung heißt, die anderen Ressorten sind die anderen Ministerien. Ja, also Landwirtschaft und Finanzen und Wirtschaft und so weiter und so fort. Die kriegen das jetzt alle mal vorgelegt. Die dürfen jetzt alle noch was dazu sagen. Und auch die Frage, wie lange das jetzt dauert, bis dann im Prinzip das Ganze im Bundestag endlich geht oder erst mal im Bundesrat gemeldet wird. Ja, da sind ja jetzt noch die ganzen parlamentarischen Rattenschwänze hinten dran. Und das geht erst los, wenn die Regierung fertig ist, da sich auszukäsen. Und ob das jetzt meinetwegen nächste Woche losgeht oder was weiß ich noch bis zur Sommerpause dauert, hängt halt davon ab, wie viel Diskussionsbedarf jetzt die anderen Ministerien anmelden. Das ist also eine unklare Geschichte. Ich glaube jetzt nicht, dass das so arg schnell gehen wird. Aber kann auch sein, dass das jetzt eben nicht ewig dauert. Über den Inhalt ist bis jetzt wenig bekannt geworden. Aber es gibt einen LTO-Artikel, der weist nochmal darauf hin, also Legal Tribune Online, sondern die Juristenzeitung, dass kein konkreter THC-Grenzwert in dem Gesetzentwurf drin stehen soll. Also nach wie vor weigert sich Volker Wissing, FDP-Verkehrsminister, da irgendwas zu tun. Also im Prinzip Versagen des Verkehrsministers. Ja, wer soll das sonst machen, wenn nicht er? Er sagte, man soll irgendwelche Gerichte machen. Irgendwie jetzt seit 20 Jahren nicht machen. Aber bloß nicht er. Also das ist wirklich ein Witz. Und viele andere Punkte sind sicherlich auch noch unklar. Ja, der legendäre Punkt Konsum vor Ort. Da hat meine Pressekonferenz schon gesehen, dass da Özdemir und Lauterbach total unterschiedlicher Meinungen waren. Lauterbach will keinen Konsum vor Ort. Özdemir sagt, ja, wahrscheinlich klar, wofür sollen denn sonst die Clubs da gut sein? Weil das ist doch albern, wenn die ja nicht konsumieren dürfen. Das ist zum Beispiel sicher ein Punkt, der noch auch jetzt zwischen den Ministerien schon diskutiert wird, bevor das Ganze überhaupt in die Parlamente geht. Und für uns natürlich jetzt wichtig, in der ganzen Arbeit zu gucken, dass bei den ganzen vielen Details, die da zu regeln sind, vernünftige Regelungen bei rauskommen, die das nicht zu hochschwellig machen. Ja, das sollen ja Ehrenamtler machen letztendlich. Tausende von Ehrenamtlern sollen jetzt für sämtliche Konsumenten in Deutschland Vereine gründen, wie die irren, ja, mit höchstens 500 Leuten. Also tausende von Vereinen und jede Menge Ehrenamtler. Und da kann man eben keine Industriestandards ansetzen, sowohl beim Anbau jetzt nicht, als auch bei der Vergabe und so weiter. Ja, das ist halt alles eher so Eigenanbaumäßig wie zu Hause, wo man jetzt auch nicht sagt, was weiß ich, die müssen da im Reihenraum und mit Plastikmütze reingehen, damit bloß kein Haar irgendwie auf die Pflanze fällt oder so hat. Na, das kann man jetzt da natürlich so nicht machen. Und das Beispiel Malta zeigt eben auch, dass da sehr, sehr dolle Regulierungen bestehen, wo man sagt, was die Verantwortung der Vorstandsmitglieder angeht, will das überhaupt noch irgendwer machen? Oder sind die Leute dann doch wieder mit einem Bein im Knast, wenn da jetzt irgendwas schiefläuft? Also da werden wir natürlich jetzt Wert drauf legen, da in die Details reinzugehen. Haben ziemlich viel zu tun im Moment auch, was das angeht. Können wir es nicht allzu genau jetzt irgendwie werden an der Stelle. Aber wir sind dran an der ganzen Geschichte. Auch nochmal sehr intensiv mit Malta. Uns am Beschäftigen, was ist noch gerade so akzeptabel, was geht gar nicht. Das sind natürlich jetzt so Linien, wo wir gucken müssen, ob wir die jetzt vernünftig einspeisen in die ganze Debatte. Wer denn Mitglied beim Handverband? Ja, kann man hier auch nochmal erwähnen. Fördermitglied, helft uns weiter Druck zu machen. Ihr seht, es ist noch nicht vorbei und es ist immer noch eine Menge Diskussionen nötig. Ja, sonst haben wir am Ende theoretische Cannabis Social Clubs und keiner will das machen. Und am Ende haben wir gar nichts gewonnen. Alle drei Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 174.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Einfach online anmelden unter handverband.de Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Zum Gutachten. Da haben auch jetzt viele noch drauf gewartet und sich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Gutachten aus Hamburg? Das hat ja Lauterbach den Auftrag gegeben, am Anfang nach der Vorstellung seiner ersten Eckpunkte, um die Europäische Kommission davon zu überzeugen, dass der deutsche Weg doch der richtige ist und auch letztendlich den Zielen der europäischen Drogenpolitik entspricht. Also Konsumentenschutz und weniger Kriminalität. Das war so die Idee. Aber jetzt braucht man das gar nicht mehr, dieses Gutachten. Ja, jetzt hat es eigentlich wurscht, weil da sowieso der Plan der Legalisierung aufgegeben wurde. Jetzt sollen ja nur noch diese Modellprojekte kommen, wo die scheinbar der Meinung sind, dass sie sowieso jetzt irgendwie eine Genehmigung dafür kriegen, weil es ja nur Wissenschaft, wenn auch großflächig einigermaßen. Also von daher ist die Frage, ob die das Gutachten überhaupt noch mit abgeben bei der ganzen Geschichte oder ob sie das jetzt einfach nur mal so veröffentlicht haben, weil sie es halt haben. Das hat auch zu teilweise negativen Schlagzeilen geführt, weil da auch drinsteht, also der Konsum könnte schon ansteigen nach der Legalisierung. Dann ist jetzt nicht klar, dass das jetzt nicht passiert, je nachdem, wie man das Ganze macht. Und haben auch gesagt, kann auch passieren, dass sich mehr Kinder mit Edibles vergiften. Also jedenfalls so, dass sie da irgendwie mal beim Hilfnotruf anrufen, die Leute. Oder auch mal tatsächlich in der Ambulanz aufschlagen. Da stirbt natürlich dann trotzdem jetzt nicht unbedingt jemand dran. Aber will man auch nicht haben. Und sie sagen eben, man muss halt die Legalisierung so ausgestalten, dass diese Risiken möglichst gering sind. Zum Beispiel die Verpackungen kindersicher gestalten, dass sie die nicht aufkriegen. Und die sollen auch nicht attraktiv sein für Kinder. Ja, keine bunten Comicfiguren drauf und so. Also da haben die wohl einen Zusammenhang gesehen, dass wenn das so ist, also wenn es nicht sicher verpackt ist und die poppige Verpackung oder was, dann essen Kinder halt eher und dann gibt es mehr Fälle von diesen Notfällen. Das ist ja nachvollziehbar soweit. Ja, kann man sich ja darauf einlassen. Oder dass eben die Kommerzialisierung da nicht auf die Spitze getrieben werden soll, dass es keine Werbung jetzt geben soll in der Öffentlichkeit für Hanfprodukte. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja, das haben wir auch in unseren Eckpunkten drin beim Hanfverband. Das muss ja nicht sein. Insofern ist das kein dramatisches Gutachten. Ja, die sagen halt nur, man muss halt bestimmte Bedingungen einhalten, damit eben diese Ziele, Jugendschutz, Verbraucherschutz und eben auch möglichst viel Verdrängung von Schwarzmarkt nötig ist. Sagen auch, es ist ein gewisser Konflikt da drin. Also eigentlich, Schwarzmarktverdrängen würde am schnellsten gehen, wenn ein super attraktiver, legaler Markt jetzt entsteht mit viel Werbung. Ja, die Leute in die Läden zieht, ja, weg vom Magnet, ja, Werbemagnet, weg vom Schwarzmarkt. Aber da sagen sie halt, okay, so doll muss man auch nicht machen. Und im Zweifelsfall lieber ein bisschen länger warten mit der Verdrängung des Schwarzmarkts und dafür den Weißen vernünftig aufbauen, hat ja nicht irgendwie die Leute zu sehr zum Konsum animiert. Auch ein interessanter Gedanke, ja, der Politik auch erst mal verdauen muss. Denn bis jetzt war ja immer so, das Wichtigste, möglichst schnell, möglichst viel Schwarzmarkt verdrängen. Und das Gutachten sagt jetzt eben auch ein bisschen, naja, also das stößt halt an Grenzen, wenn man das nicht zu offen machen will. Im Großen und Ganzen ist das relativ, ja, die Relevanz dieser Studie, außer dass sie jetzt mal da ist und eine Randnotiz in der Geschichte der deutschen Cannabis-Legalisierung ist, ist schon fraglich, ob das überhaupt nochmal irgendwie in Erscheinung tritt. So, Ortsgruppenfunk, kurz vor dem Termin, wie üblich. Da haben wir Bilder gekriegt, diesmal aus dem Bergischen Land. Meine Homie-Ortsgruppe und die waren auch noch meiner Homie-Stadt Remscheid zugange am 1. Mai mit dem Infostand. Sehr schön, Berichten von tollen Gesprächen mit interessierten Kommunalpolitikern. Viel natürlich auch da, Eigenanbau und Cannabis-Social-Clubs. Führerschein kommt immer wieder, Cannabis als Medizin. Solche Gespräche werden dann da geführt. Werbung für den Global Marihuana-Marsch in Dortmund und Düsseldorf. Und was ich auch toll finde, ja, die haben da Interessierte aus dem Forum getroffen, aus dem DHV-Forum. Und die wollen zum nächsten Treffen kommen, ja, so neue Leute. Und das ist natürlich ein guter Zeitpunkt, um nochmal auf das DHV-Forum hinzuweisen. Ihr findet den Link dazu auf der Seite handverband.de. So ein Button da irgendwo an der Seite oder unten, je nachdem, ob ihr mit dem Handy unterwegs seid. Und da könnt ihr auch nochmal gucken, was da die Ortsgruppen so machen und alle anderen Leute so rumdiskutieren. Dann Ortsgruppe Thüringen. Die haben in Jena und Gera einen vorhandenen Infostand gemacht. Beide am selben Tag für den GMM geworben ebenfalls. Und sie haben die Gründungsversammlung hinter sich gebracht, des Handverbands Thüringen e.V. Also eine Vereinsgründung in dem Fall. Hochoffiziell sind wir jetzt da in Thüringen vertreten als Handverband. Wunderbar. Und die Termine. Global Marihuana-Marsch nochmal jetzt, ja. Also zum letzten Mal. Tatsächlich diesmal im 6. Mai Global Marihuana-Marsch in Hanau, Berlin, Braunschweig, Erfurt, Halle, Nürnberg, Ulm, Erlangen, Dresden, Hamburg, Heidelberg, Magdeburg, Regensburg, Darmstadt, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Koblenz und Konstanz. Und dann haben wir Stuttgart. Da trifft sich die Ortsgruppe zum Grillen. Grillen und Chillen. 6. Mai. Ein bisschen erholen vom Global Marihuana-Marsch. In Wuppertal. Dienstag 9. Mai trifft sich die Ortsgruppe Hamburg Stammtisch. 11. Mai. Dann Zürich, die Cannertrade, wo ich auch damit unterwegs bin. Freitag 12. Mai bis 14. Mai. Und dann nochmal Global Marihuana-Marsch in Dortmund, Düsseldorf, Oldenburg, Bamberg, Freiburg, Heilbronn, München und Würzburg. 13. Mai. Guckt unter gmm-deutschland.de vorbei, wo ihr da genau hin müsst. Treffen der Ortsgruppe in Berlin am 16. Mai. Ebenso Heidelberg, offener Hanftisch, 16. Mai. Und nochmal 16. Mai. Online-Klönschnack des Hanfverbands Hamburg. Und danach nochmal 25. Mai. Hamburg trifft sich die Ortsgruppe ganz normal, ohne Klönschnack. Und dann haben wir online als nächstes die nächsten DHV-News am 26. Mai. Okay, da sind wir dann wieder hier am Start. Wie gesagt, dazwischen sind wir zwei Wochen nicht hier mit News vertreten. Wenn das ganz hart kommt, irgendwie Breaking News, vielleicht melde ich mich mal vom Handy aus, aber das wird dann keine DHV-News-Ausgabe. Und das war's für heute. Liked das Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, an dem ich jetzt nochmal eben ganz schnell zu diesem Ende des Kongresses ballern werde. Und einen Gruß am Abend. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.